Hier bin ich. Zusammen ficken, ne? Wir hätten auf B drauf gekonnt, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von vier großen Builders gefickt. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Hallo und willkommen zurück bei Goat Simulator. Ja, heute gehen wir mal ins Restaurant. Oder auch nicht. Moinsen. Alles fett hier. Wollen wir mal reingehen hier. Schön die Tür aufmachen. Wie sich das gehört für eine anständige Ziege. Car-Battery. Alles mitnehmen hier. So, was geht's hier noch? Hier gibt's nichts. Okay. So, Butts. Dich wir... Dich machen wir mal weg. So, das hier ist alles scheiße. Mach mal raus hier. Das Kötzchen nicht. Alles mal rauskicken hier. Ganz Mist hier. Sofa brauchen wir auch nicht mehr hier. Boots. Jetzt geh doch mal raus hier. Das Kötzchen wieder. Das Kötzchen vor allen Dingen. Also das Endresultat kann sich sehen lassen. So sieht's auch immer aus, wenn ich mal aus dem Restaurant rausgehe. So. Was ist denn das hier für eine Gaylor-Bank hier? Dreh dich weg. Was ist denn das hier für eine Scheiße, ey? Ich will keine Sta... Achso, ich kann einfach durch meine eigene Statue durchgehen. Okay. Aua, jetzt ist die Bank auf mich gefallen. Toll. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Beste Ligen ever hier. Aua. Skillshot, Junge, ja. Bam. Bam. Jawohl. Leg chair und jetzt... Bam. Boah, du wirst umgeboxt. Bam. Bam. Der Armin. Auch noch zwei von diesen Leuten auf einmal hier. Ähm, ja. Gut. Ist das ein Geat? Oh Gott, hilf mir. Was denn? Arschabwischen oder was? So. Dann schauen wir doch mal gerade beim Hirsch mit der... mit der langgezogenen Textur vorbei. Um wieder ein bisschen was bauen zu können. Moin. Na? Wie geht's? Also ich glaub die Entwickler, ne? Als sie diesen Hirsch entworfen haben... Ach, das soll auch ne Ziege sein. Ohne Spaß, die haben doch einfach nur ne Ziege genommen und die... komplett kaputt gezogen. Okay, wir bauen jetzt erstmal was. Zum Beispiel... Hier so ne schöne Bude. Mh... Mh... Ja, so sieht das doch schon mal schön aus. Hatte diese Musik auch immer dabei, ne? Das ist immer so dumm. Ja, ja, ja... Das... Ja, so kann man bauen. Ja. Gut. Unser Haus ist fertig. Ne, jetzt mal ohne Spaß. Lass uns mal irgendwo ne Hütte hinbauen oder sowas. Und... Vielleicht... Vielleicht... Einfach mal... Was passiert denn, wenn ich... Einfach auf die Straße, wo Autos lang fahren normalerweise... So Blöcke hinsetze. Ach so. So läuft das jetzt also ab hier im YouTube-Geschäft, ja? So läuft das jetzt hier also ab. Kann's ja wohl nicht sein. Ne, ich raste aus. Mh... So, ich baue jetzt mal wie Gronkh. So, fertig. Alter, sieht das scheiße aus. Aber noch nicht scheiße genug. Ohne Spaß, das Spiel ist scheiße. Wieso kann ich nicht meine Bude mitten in die Straße bauen und dann... Wieso, wieso... 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 Können die da durchfahren? Ich will das nicht. Weißt du, mich können die wegboxen. Guck. Warte, warte. So, guck. So, weißt du, mich boxen sie weg, aber... Durch die Scheiße hier können sie durchfahren, oder wat? Wie läuft das jetzt hier ab? Ich raste aus. Ja, äh... Collect all trophies. Ja. Minimum 3 times in a combo. If you can that... If you can that is... Okay. Okay, irgendein Toaster muss ich wieder antörnen. Lick the sugar. With cash money, buy a hat. Ah, okay, also ich könnte eigentlich mal Geld aufnehmen und dann in den Shop gehen und mir das dann kaufen irgendwie anscheinend. Okay, da gibt's also auch ne... Challenge und zwar tausend Blöcke platzieren. Na komm. Ähm, ja. Gut, bauen wir uns ein Masterpiece. Dazu muss aber das hier grad erstmal weg. Na gut, dann machen wir das hier halt kaputt. Hallo? Junge! Feuerball, oder was? Ey, Digga! Wie viel hält das scheiß Ding denn aus? Ey, Junge! Boah, die Map sieht jetzt echt viel hübscher aus als vorher. Musst dir echt mal vorstellen. Auf der Welt gibt's irgendwie so Leute, die so Blöcke setzen, weißt du? Die setzen einfach überall auf die Map. Das ist geil, die explodieren einfach, wenn man einen Block reinsetzt. Woll? Ne? Na doch, fast ungefähr. Ein bisschen. Jaaaaaaah! Boah! Boah! Oh, da hat er wohl einen Stein ins Gesicht bekommen, hoppala. Hallo? Hallo? Dingel! Dong! Kann ich auch mal hier raus? Danke sehr, Alter! Du hast ein Glück. Gibt es diese Löschen-Funktion? Ähm. Warte mal. Dir werde ich schon eine Lektion erteilen, du scheiß Boot. Gut. Ich bin schon wieder hier reingebuckt. Boah, Alter, ich bin so kreativ. Das ist der Shit. Was passiert denn, wenn ich da oben bei der... Warte mal. Da gibt's doch dann einen Crash, oder? Oder fährt das auch einfach wieder durch? So, wenn das da jetzt durchfährt, raste ich aus. Und es fährt durch. Scheiß Spiel. Uninstall. Hier. Incent, ja. So, was kann man denn hier Schönes machen? Eigentlich. Oh Gott, ey. Ich hasse es. Diese scheiß Stege hier immer auf dieser Map. Ui. Wow. Das ist ja toll. So, ich frag mich jetzt aber immer noch, was passiert, wenn ich mal ganz hinten einfach hier so... Boah, ich hab ja zum Glück kaum Grafikfehler. Ich frag mich halt, was pa... Lol. Kann ich das aufsammeln? Ach nee. Okay. Schade. Ich hab gedacht, ich hätt irgendwie volles geile Collectible gefunden. Ininen Kanal müssen wir auf jeden Fall auch noch finden, hier. Auf dieser Karte. Achso, hier ist also kein Wasser mehr, okay Boah, diese Bodentextur ist auch echt schön So, jetzt kommen schon Laufen, 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 Laufen Oder weißt du was wir machen können? Nebenbei noch Blöcke platzieren Dann können wir diese eine Quest nämlich dann auch schon mal wieder abschließen So Ja, perfekt Ich frage mich halt, wie weit das jetzt noch geht Das ist eine gute Frage Ja, diese Bodentextur, ne, ich kann es immer noch nicht glauben Alter, wann fällt man denn hier endlich mal aus der Map raus? Oder laufe ich gerade aus Versehen wieder zurück und ich merke es gar nicht Moment mal, wenn ich so laufe Müsse ich mich doch im Kreis bewegen, oder? Ne, eigentlich nicht, weil ich gucke ja auch schräg Okay Okay Okay, Build a Masterpiece, was gibt es als nächstes? Oder war es das mit den... Alter, wir haben ja schon fast alles Double Front oder Backflip Warte Na fast Okay, also mit Blöcken müssen wir nichts mehr machen Anscheinend Endlich Ja So, Respawn So Ah, einfach schön, was wir hier erreicht haben Was haben wir denn hier? Ne, das geht aber... das muss aber kaputt gehen Okay Okay, ein Lampenpfosten So, komm Coolest Goat-Dinger Ja, ich bin halt einfach die krasseste Motherfucker-Goat hier Ah, und die... das ist auch die krasseste Motherfucker-Lampe Und die krasseste Motherfucker-Bank, ey, alter, what the fuck Tsk Alter Weg Raus Ah, dann mal hier müssen wir nochmal ein bisschen Trampolin springen machen Boah Boah Toll Naja, egal Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen Für nächste Aufnahme starte ich mal die Map wieder neu Und gucke mal, ne So Jut Also, vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut, bis zum nächsten Mal Tschüss